Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Leider, leider, leider keine First Impression mehr. Nichtsdestotrotz umso wichtiger, dass ihr ganz aufmerksam zuhört, denn wir haben heute die neue Beautiful You Limited Edition von Catrice, die wir heute ein weiteres Mal auf Herz und Nieren testen. Wir haben eine wundervolle Lidschattenpalette, zwei Produkte, die die Drogerie-Make-up-Welt definitiv verändern werden und wundervolle Lipglosser und ich hoffe, ihr habt darauf Lust, denn ich bin sehr, sehr glücklich und ich freue mich, dass ich dieses Video ein weiteres Mal drehe. Ich habe es nämlich eben schon mal gedreht und habe ein neues Mikrofon ausprobiert. Das war aber auf Surround Sound eingestellt und das hat sich angehört, als hätte ich durch eine Kartoffel gesprochen. Und mein Qualitätsanspruch hat sich deutlich verändert und das ist nichts, was ich hochladen möchte. Deswegen drehen wir das Ganze einfach nochmal und ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass es keine First Impression mehr ist. Jetzt habe ich Tatsache aber so ein paar Meinungen schon zu dem Produkt und ich glaube, dass das vielleicht gar nicht so schlecht ist. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr hattet einen wundervollen Start in den Tag. Falls nicht, hoffe ich, dass euch der Abend, der nächste Tag, je nachdem, wann ihr das Video seht, ein bisschen besser zugutekommen wird. Und ich würde mich riesig freuen, wenn wir eine kleine Challenge in dieses Video bringen. Ich habe nämlich das Gefühl, dass viele vergessen, Videos zu liken, aufgrund der neuen Ansicht von YouTube. Deswegen würde ich mich freuen, wenn wir dieses Video auf 3000 Likes kriegen. Also drückt gerne auf den Like-Button und falls ihr neu seid, könnt ihr den Kanal natürlich auch abonnieren. Wir starten jetzt Tatsache aber, denn die neue LE ist jetzt in den Läden. Ich habe sie letzte Woche schon gekauft. Ich weiß noch nicht, wann ihr dieses Video seht. Ich glaube aber, dass das viele spannende Sachen sein könnten. Und falls ihr wisst, was das hier für ein Tube sein könnte, schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Ich will gar nicht so viel quatschen, wie ich am Anfang gequatscht habe, deswegen schüpfen wir direkt rein. Es gibt etwas von Catrice, was meiner Meinung nach den Drogeriemarkt so ein bisschen verändern wird. Ihr erinnert euch mit Sicherheit an die Cream-to-Powler-Foundation von Trended Up. Die war ja damals, als sie rauskam und ich dieses Video gemacht habe, die ist ja teilweise immer noch überall ausverkauft. Und ich meinte in dem YouTube-Video, dass ich mir wünschen würde, dass es das Ganze als Blush gibt. Und guess what? Das gibt es. Zwar von Catrice und mit Sicherheit auch nicht wegen dieses Aufrufes. Aber da seht ihr mal, wie nah beieinander die Produktionen arbeiten. Und ich hatte es vorhin auch schon erklärt. Ich glaube, dass das etwas ist, was uns zeigt, dass die Drogerie sehr, sehr nah an den High-End-Produkten sind. Denn kleiner Tipp und kleiner Hinweis, die meisten Drogerie-Brands produzieren in denselben Produktionsstätten wie High-End-Produkte. Und es ist gang und gäbe, dass Formulierungen von Laboren entwickelt werden und allen als Open Source zur Verfügung gestellt werden. Dann natürlich immer ein bisschen angepasst werden, je nachdem, ob welche Inhaltsstoffe hinzugegeben werden sollen oder ob vielleicht beispielsweise einfach nochmal ein Wirkstoff mit rein- oder weggenommen werden soll, damit es vegan oder damit es feuchtigkeitsspendend ist. Und das ist gang und gäbe. Und das ist völlig normal. Deswegen liebe ich Drogerie-Make-up auch. Und wir haben zwei verschiedene Farben. Dieser Cream-to-Powder-Blush. Das ist einmal die Farbe Worth It. Die geht so ein bisschen in die orangige Richtung. Und das seht ihr vor allen Dingen im Vergleich zur anderen Farbe. Der Farbe Treat Yourself. Die ist wesentlich Bordeaux-lastiger. Geht so ein bisschen in die rote Richtung. Beide funktionieren gleich. Beide haben ein ähnliches Finish. Denn das ist tatsache nicht so Cream-to-Powder. Ich finde, Cream-to-Powder ist so ein bisschen irreführend. Das ist eine gelige Konsistenz. Und sobald du sie einblendest, wird es ja kein Puder, sondern es mattiert, fixiert sich von selbst. Und du brauchst kein Puder mehr, um das Produkt zu fixieren. Was ich damit gerade gemacht habe, und es hat sehr, sehr gut funktioniert, vielleicht erkennt ihr den Unterschied. Ich habe die Farbe als Under-Eye-Corrector genutzt. Weil sie sehr, sehr leicht ist. Sie gibt nicht so eine zusätzliche Schicht an Produkt mit unter die Augen. Und sie hat mir einfach ein sehr, sehr schönes Under-Eye beschert. Deswegen fixiere ich jetzt einmal kurz den Concealer und dann probieren wir die aus. Ja, das liebe ich sehr. Den als Color-Corrector unter den Augen. 10 von 10. Seht ihr, und hätte ich das Video nicht neu gedreht, hätte ich euch diese Information nicht noch geben können. Ich lasse ein bisschen Puder hier vorne im vorderen Bereich. Und ich nehme Tatsache als erstes diesen orangigeren Ton. Das ist die Farbe Worth It mit einem Stippling Brush. Ihr braucht nicht viel. Einmal rein und das reicht für dich, deine Mutter, deinen Vater, deine Tante, deine Cousine und deinen Hund. Einfach nur so ein bisschen drauf. Sieht dann aus wie Freckles. Dann arbeite ich mir den Pinsel in der Hand warm und kann das Ganze dann so ein bisschen einarbeiten. Das Schöne bei diesen Cream-to-Powder-Texturen ist, dass ihr die getrost auch über Foundation, gesettelter Foundation benutzen könnt. Ihr seht, ich hole euch gleich ein Stückchen näher rein. Denn die Textur ist so gemacht, dass sie zwar so einen leichten, der hat keinen Glow, sie sieht nur ein bisschen frischer aus. Und ihr könnt sofort auf der Haut diesen Hauch, einen ganz leichten Hauch an Farbe und Textur sehen. Und auch direkt im Vergleich, hier ist es recht mattiert, hier ist es einfach ein bisschen frischer. Und auch wenn ihr eine ölige Haut habt, ist das etwas, was ihr getrost benutzen könnt, weil es halt nicht extra Produkt drauf gibt. Es sieht dadurch auf gar keinen Fall cakey aus. Und ihr habt ein sehr, sehr schönes Finish. Und ich weiß, dass diese Cream-to-Powder-Formulierung, obwohl dieser Begriff ein bisschen irreführend ist, ein Großteil der zukünftigen Produkte werden wird. Sei es in Lidschatten, in Foundations haben wir es jetzt schon gesehen, Bronzer wird ein großes Ding noch werden, Highlighter, Cream-to-Powder-Highlighter und vor allen Dingen Lidschatten, weil das eine sehr besondere Textur ist. Ihr seht das, die Haut ist nur leicht eingefärbt. Ihr könnt über eine gesettete Foundation drüber gehen, das ist phänomenal. Es tut mir ein bisschen leid, dass mein erster, oh mein Gott, Schockmoment jetzt weg ist. Aber ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Ich nehme die andere Farbe, die ist ein bisschen dunkler. Ich glaube, die ist für dunklere Haut auch noch schöner. Und ihr seht, die hat einfach nicht so einen lauten Orange-Unterton, sondern geht eher so ein bisschen in die bläuliche Richtung, ein bisschen Bordeaux. Super natürlich bei dunklerer Haut, so einen leichten Flush und es gibt noch ein bisschen mehr Leben zurück. Das sind Blushes, die ich definitiv im Sommer haben möchte, im Standardsortiment oder im nächsten Update, weil das etwas Besonderes ist und ihr damit so viel machen könnt. Ihr könnt sie sogar so als zarten Lippenton benutzen. Und das mag ich persönlich gerne, weil ihr auch hier nicht dieses Krusty-Gefühl habt, wie von einem Liquid Lipstick. Die Lippen sind etwas mattiert, sie sind etwas eingefärbt und selbst als Lidschatten funktionieren die, wenn ihr nur so einen Hauch an Farbe haben wollt. Also große, große Empfehlung. Ich sage es in letzter Zeit öfter und ich habe auch neulich, wurde ich richtig mies angemacht von jemandem in den Kommentaren. Alles, was du zeigst, ist immer gut. Ja, Freunde, aber das ist doch schön. Freuen wir uns doch darüber, dass es gut ist. Ich meine, ich mache die Produkte leider nicht. Dann würde ich mich darüber persönlich freuen, dass sie immer gut sind. Aber wir sehen einfach, dass die Produktionsstätten so spannende Formulierungen mittlerweile haben, dass das Make-up immer knallt. Und das ist super. Ganz, ganz wichtig ist es mir auch nochmal zu sagen, dass nur weil ich sage, dass etwas gut ist und weil es bei mir funktioniert, ist es nicht selbstverständlich, dass es bei euch funktioniert, dass es euch gefällt. Make-up ist was super Persönliches. Es ist mit euch in Kontakt und das bin nicht ich. Aber ihr könnt mir vertrauen in den Punkt, wo ich sage, das ist eine gute Qualität und bei mir funktioniert das. Und ich probiere euch ja auch immer eine gute Alternative zu zeigen. Deswegen machen wir jetzt weiter mit den Lidschatten, beziehungsweise der Lidschattenpalette. Das ist die Beautiful Possibilities Palette. Auch die hatte ich schon getestet. Ich hatte schon zwei Looks gemacht, die sehr, sehr unterschiedlich waren. Ich blende euch hier mal eine Sequenz ein, dass ihr auch ohne meine Stimme einfach den Look erkennen könnt. Und ihr seht, dass das Orange und das Rot sehr, sehr schön ist. Jetzt nutze ich die Gelegenheit und schminke nochmal was anderes, weil ich glaube, so habt ihr noch mehr Farben mit drin. Auch hier sind die Farben wieder ganz besonders. Die sind sehr, sehr pigmentiert. Die Cremetexturen sind neu. Also ihr erinnert euch so ein bisschen an die Schimmertöne der vergangenen Jahre. Ich glaube, das erste Mal haben wir die neue Textur gesehen in den Five in the Box Paletten. Und dann in meiner Palette, in der letzten Palette, dass das einfach nochmal eine ganz, ganz andere Formulierung war. Die Matts sind sehr, sehr pigmentiert und nicht mehr so kalkig bei den helleren Farben, sondern es ist wirklich wenig Füllstoff, viel Pigment und sieht sehr schön aus. Die Schimmertöne, ihr habt so einen Duochrome, ihr habt einen goldenen Ton mit drin. Das sieht super, super toll aus. Und ich will jetzt einen sehr, sehr leichten Look nochmal machen mit dem anderen Ton. Dafür mische ich mir den Transition Shade Ton schön tief in den Pinsel und gehe ganz leicht in das Rot und mische mir das so ein bisschen zusammen, dass ich einen sehr, sehr warmen Ton habe. Und dasse das nur hier rauf. Ich hätte in der Palette tatsächlich gerne einen bärigen Ton gehabt für diese coolen, rosanen Schimmertöne, weil die super, super interessant sind. Aber auch hier. Ihr habt jetzt drei verschiedene Looks, die ich euch zeige und ihr könnt euch selber ein Bild machen. Ich glaube, dass die Sachen auch mittlerweile in der Drogerie sein sollten und ihr habt einfach eine schöne Frühlingspalette. Und auch das hatte ich vorhin schon mal erzählt, dass ich glaube, dass der Zeitpunkt gekommen ist, dass viele sich trauen, auch mehr mit Farbe zu arbeiten. Und mit Farbe meine ich nicht unbedingt jetzt hier orange und rot, sondern in der Kombination. Ihr habt hier alltagstaugliche Shades wie diesem Transition Shade Ton, ihr habt einen sehr, sehr warmen braunen Ton und ihr habt einen ganz, ganz besonderen, den muss ich euch nochmal swatchen, schokoladigen Schimmerton, der auch einen leichten, wärmeren Anteil hat. Der ist aber semi-matt. Also das ist so ein leichter Schimmerton, er ist nicht so glitzerig wie der andere und sieht dadurch sehr erwachsen aus. Ich blende jetzt hier einfach nochmal so ein bisschen weiter. Ich habe jetzt so eine Kombination aus dem Braun, aus dem Rot und diesem Transition Shade Ton auf mein Auge gepackt. Und ihr seht, die Farbe ist auf jeden Fall da. In dem anderen Look, in dem anderen Video, was ich über die Produkte gedreht habe, habt ihr, glaube ich, noch ein bisschen mehr erkannt, wie intensiv die Farben einzeln auch sind. Aber wir machen das Beste jetzt draus, Freunde. Ich blende ganz leicht mit dem Orange hier oben noch so ein bisschen aus und tauche das Ganze so ein bisschen in die feuerbändige Richtung. Den Look hatten wir lange nicht mehr. Ich habe ihn sehr vermisst. Jetzt ist er wieder da. Ihr seht es, die Farben sind super intensiv. Sie lassen sich sehr, sehr gut aufbauen. Und jetzt mit dem Braunton einfach in die Lidfalte und verdunkele mir mein komplettes äußere Drittel. Was mir jetzt auffällt, während ich die Farben sehr wild jetzt gerade miteinander gemischt habe, erkennt man nicht mehr die einzelnen Shades, sondern, und das ist ganz, ganz spannend, das habe ich so auch noch nicht gesehen, Die Farben sind vom Unterton her alle gleich. Das sieht so ein bisschen aus, als hätten sie alle dieselbe Basis und der eine hat noch ein bisschen mehr Rot, der andere hat ein bisschen weniger Blau, der andere hat ein bisschen weniger Grün mit drin, so wie ein Lidschatten halt gemischt wird. Und dadurch passen die Farben, so wild sie auch sind und so unordentlich sie jetzt auch wirken, sehr, sehr gut zusammen. Der dunkelbraune Ton hätte meines Erachtens nach sogar noch ein Stückchen dunkler sein können. Funktioniert nichtsdestotrotz, aber super, super gut. Einfach um das Ganze ein bisschen heller zu machen, auch wenn man mit dunkleren Tönen arbeitet. Und da sieht man auch, dass sich das Make-up im Alltag so ein bisschen verändert. Catrice ist eine sehr, sehr alltagsorientierte Marke, wie ich finde, die probiert immer Produkte, zu entwickeln, die für den Alltag für viele zugänglich sind. Und obwohl ihr so ein Rot habt oder so einen gelben Schimmerton, habt ihr die Möglichkeit, einfach etwas sehr, sehr frisches, anderes zu schmieden. Mag ich sehr, sehr gerne. Auf mein bewegliches Lied möchte ich als allererstes mit diesem Schokoton gehen, den ich ganz leicht mit diesem glitzerigen Ton mische, als Basis. Und ihr seht, die haben so einen Semi-Schimmer mit drin. Und einen sehr, sehr erwachsenen Schimmerton, der einfach nur so einen Hauch an Farbe gibt. Und der passt perfekt zu allen anderen Farben. Und aufs Zentrum mit dem Duochrome Rosa, um hier noch ein bisschen mehr Bewegung zu haben. Wunder, wundervolle Texturen. Neue Texturen, also nicht die, ne, was heißt neu, die sind jetzt auch schon ein paar Tage da. Aber das sind wirklich Texturen, die überarbeitet worden sind. Und ich vermute, dass es auch einfach daran liegt, dass sich der Rohstoffmarkt die letzten zwei Jahre massiv geändert hat. Also das dürfen wir nicht vergessen, durch die Pandemie, durch alles, durch alles, was passiert ist, haben sich die Lieferanten natürlich auch neu umschauen müssen und nach neuen Rohstoffen schauen müssen, etwas Neues hervorzubringen. Und das sind neue Texturen im Make-Up-Bereich beispielsweise. Und wir haben einen sehr spannenden Look. Ich mag es zur Sache ganz gerne, weil es ein bisschen was anderes ist. Es ist nicht dieses typische Braun-Bereich-Dunkelbraun, ein bisschen Gold, es ist nicht Rot-Orange-Gelb, sondern es ist alles irgendwie und zeigt euch, was ihr mit der Palette alles machen könnt. Ich werde mir jetzt einmal eine Mascara aufgeben. Und das ist diese hier von Essence. Ich liebe die. Das ist die Lash Like a Boss Instant Lift & Curl Mascara aus dem neuen Sortiment. Wunder, wunderschöne Mascara. Ganz große Empfehlung. Boom. Und jetzt seht ihr auch, wie schön das Ganze mit dem Blush funktioniert. Ich gehe jetzt mit dem Blush tatsächlich noch ein Stückchen höher. Um das Ganze ein bisschen frischer zu machen. Und ihr seht, meine Base ist leicht gesettet, leicht gepudert, aber sieht trotzdem frisch und gesund aus. If you'll be the cash, I'll be the rubber band. Augenbrauen sind drauf. Ich liebe diesen Look. Dieser Blush ist 10 von 10. Alright. Wir haben drei verschiedene Glosser. Das sind die Plumping Lip Glosser. Gibt es in drei Farben. Ich habe sie schon vorher getestet, bevor ich das erste Video gedreht habe. Und habe festgestellt, dass sie nicht dieses icy, icy Plumping haben, sondern einen sehr zarten Plumping-Effekt. Was ich viel schöner finde, sind die Farben. Also wir haben natürlich einmal einen sehr, sehr schlichten, geht so ein bisschen in die Rosé-Richtung, hat silberne Glitzerpartikel mit drin. Wir haben hier aber ein Orange und ein Rot. Und das Rot hat es mir angetan. Ich zeige euch einmal kurz das Orange dazu. Das ist ein schöner Orangeton, sehr, sehr glossy. Wir haben aber auch noch den roten Ton und der sieht wunderschön aus. Und schaut es euch einmal an, der gibt gut Farbe ab, aber nicht so kitschig. Ich finde, bunte Lipglosse sehen oft schnell kitschig aus. Deswegen schaut es euch einfach mal an. Boom. Schaut euch bitte diese Farbe an. Das ist im Vergleich zu dem Orange, da seht ihr nochmal den Farbunterschied, ein sehr, sehr schöner Rotton, der schön ins Rosane geht. Und nicht so, ich finde, rote Glossy-Lippen können schnell, billig ist auch hier wieder ein hartes, falsches Wort. Aber es sieht manchmal immer so ein bisschen... Ihr wisst, was ich meine. Und ich glaube, ihr seht, wie viele schöne, verschiedene Sachen man mit den Produkten machen kann. Ihr habt jetzt drei verschiedene Looks gesehen. Einen sehr orangenen, einen sehr braunen, alltagstauglichen und dann einmal diesen Viva La Fiesta Karnevalslook. Ich bin begeistert. Probiert bitte wirklich unbedingt diese Cream Blushes aus, weil sie sehr, 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 sehr schön aussehen. Große Empfehlung hierfür. Auch die Glosse sehen super aus. Ist mal was anderes. Sie kleben nicht. Sie sind nicht so schmierig. Sie haben einfach nur so einen Hauch an Gloss und ein bisschen mehr Farbe. Und den Glitzer siehst du tatsache auch nicht mehr. Sie sehen also sehr, sehr natürlich auf den Lippen aus. Ich bin super gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich bin ganz gespannt, welche Produkte ihr euch aus dieser Limited Edition vielleicht zulegt. Schreibt es mir gerne. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart und würde vorschlagen. Wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf.